Hallo und herzlich Willkommen bei Magenta Sport zu diesem Duell, das alle Fans in dieser dritten Liga fasziniert. Tradition in den Farben Weiß und Blau der TSV 1860 München zu Gast beim MSV Duisburg. Dafür spielen wir ja Fußballer, deswegen machen wir diesen Job für solche Spiele und das ist einfach geil. Busch darf noch mal, etwas schärfer aufs Tor und das ist ein Missverständnis, mein lieber Scholli, das ist einer, den muss er. Das hätte die Führung sein müssen für den MSV. So ist es ein 0 zu 0 zur Halbzeit. Renézi mit Tempo, Bojamba ist da, Bojamba! 1860 München, führt beim MSV. Oh, die ist stark, heieieieiei, Eigentor, 2-0 für die Münchner Löwen. Und jetzt die Einladung von Belkaia, wird sie jetzt angenommen, um etwa 1 zu 2. Peter. Sie glauben wieder dran. Toa Gursson, das ist die Chance und das ist das Tor! Der MSV Duisburg gleicht aus Alabakir. Und dann ist es vorbei. Der MSV Duisburg trennt sich 2 zu 2 von 60 München. Ich sehe uns heute als klar bessere Mannschaft. Die gehen dann glücklich 2 zu 0 in Führung, wie wissen Sie, glaube ich, selten nicht. Die kämpferische Leistung war top. Sie haben sich wirklich voll ins Spiel reingehauen. Und heute war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Vier Tore, ich bin ganz ehrlich, das habe ich über weite Strecken dieses Spiels nicht erwartet. Aber so ist der Fußball. Er überrascht uns. Immer wieder. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport. olesk Commenturous Abonnet Abonnet Bleib R V Be P B Be W